Die Wahrheit über Kim.com. Visionär oder Verbrecher, da streiten sich die Gemüter. Saftiges 18-Minuten-Video. Lehnt euch zurück und gönnt euch Haptic Rush hier am Start. Das ist Kim.com, der wohl legendärste Hacker Deutschlands. Kimbel ist Computerhacker. Vielleicht ist er sogar einer der bekanntesten Hacker der Welt und noch so viel mehr. Der ist sogar hier und da auf Twitch unterwegs gewesen eine Zeit lang, sehr aktiv. Hat auch bei mir mal eine Sub-Bomb rausgehauen tatsächlich. Und er hat, glaube ich, eine Zeit lang auch viel mit Stay gechillt und mit Knossi, ne? Einer der ersten Internetunternehmer unseres Landes. Ich werde als Vorzeige-Jungunternehmer rumgereicht. Ein Verräter, ein Betrüger. Und, Chad, das werden auch die COD-Leute unter euch wissen, er war ganz lange weltweit in Modern Warfare 3 auf der Rangliste platt eins in Punkte overall. Weil der Typ wegen Hausarrest nichts anderes machen konnte als Tag und Nacht zocken. Und ach du Scheiße, hat der reingeäumelt. Der hat reingezockt in die Olga. Einige sagen, das war alles nur Show. Ein Aktivist, ein Visionär, ein Verbrecher. Ein Sündenbock. We are going to use every weapon in our arsenal to destroy. Und unabhängig von dem anderen Zeug, aber allein das macht ihn schon sympathisch, Chad. Weil das ist ein wahrer Gamer. Mit Sicherheit der Erzfeind der Musik- und Filmindustrie. Eine Galleonsfigur für Internetbewegungen. Ein Pro-Gamer. Ein exzentrischer Multi-Multi. Ein Multimillionär. Ein Musiker. Ich mag dieses Pro-Gamer nicht immer in so einem Zusammenhang, weil ein Pro-Gamer ist ein Profispieler, der seinen Lebensunterhalt oder zumindest ein Teil seines Lebensunterhalts mit dem professionellen Gaming einnimmt. Also ist quasi keiner von uns, ganzen COD-Streamern, weiß der Geier, was ist ein Pro-Gamer. Weil du einfach, also wenn du in einem E-Sports-Team bist und die bezahlen dein Gehalt, dann bist du per Definition ein Pro-Gamer. Äh, ja. Klugscheiß an Ende. Ja, ein Politiker, ein Marketing-Genie. Ja, like Mega-Upload. Kim.com ist vieles. Und nicht zuletzt jemand, der das Internet für immer verändert hat. Mega-Upload. Na, Chat, wer hat bei Mega-Upload sich auch den ein oder anderen Film angeschaut oder die ein oder andere Anime-Folge? Eins in den Chat. Ich nehme mich da auch gar nicht raus. Mega-Upload war mit riesigem Abstand die beste Anbieter-Webseite dafür. Also ich habe immer nicht direkt auf Mega-Upload das geschaut, sondern ihr kennt ja die ganzen Webseiten von damals. Das war ja so groß alles Kino, Kinox.de und so. Da wurde ja dann immer auf das Video verlinkt und Mega-Upload war immer gutes Server, immer erreichbar, immer gute Qualität und hat ja auch immer nicht versucht, irgendeine Scheiße anzudrehen, ne? Irgendein Drecks-Abo und so. Ja, deshalb war Mega-Upload Liebe. Kims Geschichte beginnt Anfang der 90er in Plön, südlich von Kiel, lang bevor er die berüchtigte File-Hoster-Plattform Mega-Upload gegründet hat, bevor er zum meistgesuchten Mann des Internets wurde. Kim Schmitz, so heißt er gebürtig, wird später behaupten, er sei auf dem Internatsgymnasium Schloss Plön gewesen. Dort habe er bereits mit 17 Jahren das Begabtenabitur gemacht. Das ist gelogen. Er war auf der Heinrich-Harms-Hauptschule und im Schülerheim Rohwedder für verhaltensauffällige Jugendliche. Dieses Detail ist wichtig, weil es ein Muster aufzeigt, das sich durch seine gesamte Geschichte zieht. Er stellt sich gerne als größer, besser, krasser dar, als er eigentlich ist. Was aber wohl stimmt ist, dass Kim wohl in der Schule nicht so viele Freunde hatte, dass es zu Hause sehr schwierig war. Das ist die Journalistin Janne Knödler. Sie macht gemeinsam mit einigen... Chat, ich muss mich jetzt zusammenreißen, wegen Sympathie ihm gegenüber. Ja, okay, vielleicht hat er da rumgeflunkert und so, aber Bruder, er ist Multi-Multi-Multi-Millionär, was der alles hat. Was der alles sich aufgebaut hat und, und, und. Und dann kommt halt dann so eine, ja, so eine Janne Knödler-Digger und dann wird wieder das ganze Leben auseinandergenommen. Aber so ist es halt, wenn man polarisiert, ne? Und Kollegen unter anderem den fantastischen Podcast Wild Wild Web vom BR. Die erste Staffel dreht sich um die Geschichte von Kim.com. Wir haben sie euch natürlich verlinkt. Also seine Eltern waren auch getrennt, auch weil sein Vater, so erzählt er es später, Alkoholiker war. Und für ihn war dann so der Computer ein Rückzugsort. Kim entwickelt früh eine Faszination für PCs. Und hat dann eben auch seine eigenen Programme geschrieben und war quasi so von Anfang an irgendwie in der Entstehungsgeschichte des Internets eigentlich auch involviert. Anfang der 90er betreibt er grob vereinfacht eine Art Server, auf der man gestohlene Software tauschen kann. So lernt er viel über die damals aufkommende Hacker-Szene. Auch weil er mutmaßlich Gespräche von Nutzern seiner Tauschbörse belauscht. Mit dieser Börse verdient... Kann man das alles sehen? Schau, ich hab einen krassen neuen Hack. Nicht schlecht, hau rüber die Kanone. ...der auch bereits geht. Ah ja. Zur gleichen Zeit tritt er unter dem Pseudonym Kimbell zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auf. In der Fernsehsendung Monitor demonstriert er 1992, wie man illegal kostenlos telefonieren kann. Angeblich mit einer Software, die er selber entwickelt hat. Kimbell ist der neue Schrecken der Telekom. Er hat für den Amiga Home Computer ein Programm entwickelt, mit dem man auf dem Umweg über die USA kostenlos telefonieren kann. Weltweit. In einem Forbes-Artikel wird berichtet, er sei der Anführer einer internationalen Hackergruppe namens Dope. Allgemein sei er einer der meistgefeierten Hacker Deutschlands. Er habe ein verschlüsseltes, abhörsicheres Handy entwickelt und hundertfach verkauft. Mitte der 90er wird... Die Dollarzeichen. Nee, ist ja ein Euro. Eurozeichen. ... Kim für seine Geschäfte rund um seine Software-Tauschbörse verhaftet. Und 1998 zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Diese Vorstrafe passt perfekt zu seinem Kimbell-Krasser-Hacker-Image. Er nutzt damals aus, dass viele Journalisten Computersysteme quasi überhaupt nicht verstehen. Gleichzeitig nimmt das Klischee des... ...Hacker-Man. ...richtig Fahrt auf. Er behauptet, er habe Citibank gehackt und dann 20 Millionen Dollar an Greenpeace überwiesen. Das ist höchstwahrscheinlich gelogen. Die Citibank wurde wenige Jahre zuvor in der Tat angegriffen, allerdings von russischen Hackern und nicht, um das Geld an Greenpeace zu spenden. Außerdem behauptet Kim, in die Systeme des Pentagons und der NASA eingedrungen zu sein. Auch das ist wahrscheinlich beides gelogen. Den NASA-Hack... Da hat er aber schon Glück gehabt, Chad, dass da dann nicht ihm die Tür eingetreten wurde und er in irgendein Loch geworfen wurde, wo er die Sonne nie wieder scheint. Also mit solchen Aussagen wäre ich ja so vorsichtig, oder? ...gab es, in dem Fall steckten allerdings Mitglieder des Chaos Computer Club dahinter. Viele Leute aus der Szene haben damals... ...wirklich Zweifel daran, dass er wirklich hacken oder cracken konnte. ...vereinzelt... Warum sind alle Hacker immer russisch? Ich glaube, die Russen haben da wahrscheinlich einfach einen, ähm, ja, ein Talent für, ne? Aber es gibt, glaube ich, auch geisteskrank gute Hacker in Korea und so, ne? ...skeptiker können Kimbels Image damals aber nichts anhaben. Warum nicht Meggis gehackt? Ja, ist echt so, der hätte uns mal ein paar geile Big Mac-Gutscheine rauslassen können. Er nutzt seine Position, um eine Cyber-Security-Firma zu gründen. So nach dem Motto, ich bin ein krasser Hacker, also kann ich euch Kunden perfekt vor Hackern schützen. Mit diesem Unternehmen verdient er das erste Mal so richtig Geld. 80% der Anteile verkauft er 2000 an den TÜV Rheinland. Und das war nur... Ja, moin, der TÜV, Digga. ...eines seiner Geschäfte inmitten des aufkommenden Dotcom-Hypes. Kim hatte viele Ideen, teilweise auch Ideen, die sich später echt durchgesetzt haben, wie zum Beispiel, ne? Hatte man eine Idee zu Zwei-Faktor-Authentifizierung, als es das noch gar nicht gab. Und dann hat er auch Ideen, die irgendwie nicht so richtig funktioniert haben, wie zum Beispiel das Megacar. Das Megacar war ein Auto mit Onboard-Computer- und Videokonferenzsystem und 16 eingebauten SIM-Karten, um auf der Autobahn Internet zu haben. Klingt aus heutiger Perspektive absurd. Mittlerweile braucht man für stabiles, mobiles Internet unterwegs in Deutschland ja noch maximal drei SIM-Karten. Kim wird zu einem Business-Star und flext. Guck mal, Strafzettel. Und was machen wir mit Strafzetteln? Hahaha. Die Hauptsache ist, dass alle happy sind und wenn alle sagen, wir fahren jetzt höchstens 220 und nicht mehr 300, dann machen wir das so. Privatjets, schnelle Autos. Kim tut schnell so, als wäre er nicht nur einfacher Millionär, sondern eher ein Hundertfacher. Er kündigt öffentlich an, die scheiternde Plattform letsbuyit.com retten zu wollen. Das muss ich auch sagen, Chat ist etwas, was ich halt auch, ja, nicht gut fand, ne? Mit Menschenleben, beziehungsweise mit den Jobs von Leuten in einer Firma zu spielen, darauf spekulieren und halt eine Menge Geld machen. Auch wenn das, ne, Alltag ist. Wir bekommen halt nur davon nicht mit, nicht mit, nichts mit. Das, was er gemacht hat, ist halt so Spitze des Eisbergs, ne? Und tritt im Anschluss bei Harald Schmidt auf. Du hast dieses Unternehmen gerettet. Ist das auch richtig? Das ist richtig, ja. Warum bewirft man dich dann mit schmutzigen Vorwürfen in der Presse? Ja, warum? Leider hat Kimbell die Firma letztlich nicht gerettet. Er hat günstig Aktien gekauft. Dann hat er den Aktienkurs des Unternehmens durch seine öffentlichkeitswirksame Rettungsankündigung kurzfristig in die Höhe getrieben und seine Aktien dann verkauft. Das ist Insider-Trading. Und leider illegal. Er versucht nach Thailand zu fliehen, das klappt nicht und er kriegt 20 Monate Haft auf Bewährung und eine 100.000 Euro Geldstrafe. Letztlich scheitern die meisten seiner Unternehmungen. Parallel platzt... Das ist halt, keine Ahnung. Er macht 1,1 Mio's und kriegt 100.000 Strafe. Global die Dotcom-Blase und es kommt zu einer Wirtschaftskrise. Kim wandert nach Hongkong aus. Von dort startet er neue, fragwürdige Geschäfte, fährt mehr schnelle Autos, etc., etc. Springen wir ein wenig nach vorne. Es ist 2005 und Kim verändert das Internet für immer. Durch... Mega-Upload. Dicker, was für eine cringene Werbung. Ein Cloud-Service. Du hast eine Website, Leute können was hochladen, können was runterladen. Klingt harmlos, oder? Was dann Leute aber ziemlich schnell gemerkt haben, ist, dass dieser Cloud-Service hervorragend dafür nutzbar ist, dass man Videos, also auch Filme hochlädt oder Musik hochlädt und andere Leute, die dann runterladen können. Dafür brauchen die nur diesen Link. Kim ist nicht der Erste, der so einen Service anbietet. Rapid-Share. Aber Mega-Upload funktioniert einfach ziemlich gut und bietet vergleichsweise sehr viel Speicher. Das Unternehmen umfasst bald ein ganzes Imperium aus Seiten. Viele von euch kennen vielleicht noch Mega-Video. Sperre nach 72 Minuten, anyone? Nach nur vier Jahren ist Mega-Upload für 0,6% des Datenverkehrs im Internet verantwortlich. Nochmal ein paar Jahre später sind es 4% bei 50 Millionen täglichen Nutzern. Boah! Es gibt damals noch keine Streaming-Services. Leute kaufen noch CDs und DVDs. Aber das war ja halt international, aber trotzdem geisteskrank. Oh mein Gott, diese Webseite! Ich mach kurz die Cam weg. Oh mein Gott, Digga, schreibt mir einen Kommentar auf YouTube. So viele Erinnerungen. Diese Webseite, Bruder, die war Liebe. Auch wenn die... Ja, im Nachhinein tut mir das auch so leid. Na, jetzt ist man erwachsen und erkennt so die Dinge, die... Also, ich möchte ja, dass Leute, die Musik machen, die Filme machen, dass die auch bezahlt werden für ihre Filme. Wir wollen ja auch weiterhin gute Musik, gute Spiele, gute Filme und so, ne? Aber die Webseite, ach du heilige Makrele. Ich will gar nicht wissen, wie viele Filme und alles man auf der Webseite sich angeglotzt hat. Ich werd das nie vergessen. Dieses, das war auch richtig schön, schaut euch das an. Hier mit Avatar und so, Kino.to. Dann ist die ja down gewesen, dann kam sie ja wieder eine Zeit lang als Video.to oder so. TX, irgendwie so. War halt einfach ne wilde Zeit. TX, mega-Upload ist hier nur ein Teil des Problems. Ja, dass der Chat das wieder weiß, ist klar. Die Musikindustrie haben beide relativ schnell gemerkt, dass ihnen hier große, also große Teile ihrer Einnahmen eigentlich wegbrechen. So beginnen beide Industrien bereits früh in den 2000ern einen harten Kampf. Zunächst wird die File-Sharing-Plattform Napster in Grund und Boden geklagt. Dann werden gruselige Werbungen vor jede DVD der Welt geschnitten. Das war super! Oh, oh, nein! Das kenn ich auch noch, die Werbung! Die kenn ich auch noch! Oh mein Gott, ist das unangenehm, Alter! Raubkopierer werden mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug bestraft. An Mega-Upload kommt zunächst einmal niemand so richtig heran. Jahrelang ist der Öffentlichkeit gar nicht schlussendlich klar, wer eigentlich hinter dem Service steckt. Das Unternehmen gehörte zwar mal Kim Schmitz. Digga, zwei Tracks dir runtergesaugt, Bruder. Erstmal in Bau für fünf Jahre. Nun, aber einer Firma namens Vestor Limited. Diese Firma gehört wiederum Kim, Tim, Jim Vestor, einem Finnen. Mega-Upload dementiert jahrelang jegliche Verbindung zu Schmitz. Hinter der Kim-Persona in Finnland steckt natürlich Kim the Man selbst. Der sich dank finnischen Wurzeln einen entsprechenden Pass beschaffen konnte. Für eine Weile schützt ihn dieser Trick vermutlich ein wenig. Aber 2011 gibt sich Kim, mittlerweile Dotcom, ganz öffentlich als Mastermind hinter Mega-Upload zu erkennen. Er lebt mittlerweile in Neuseeland, in einer gigantischen Villa am Meer, sammelt weiter Luxusautos und ist zeitweise einer der besten Call-of-Duty-Spieler der Welt. Er hat eine Frau und Kinder. Seine allerwildesten Jahre sind vorbei. Vielleicht wähnt er sich weit weg von den USA in Sicherheit. Denn anstatt sich vor der Musik und der Filmindustrie zu ducken, legt er sich aufs Härteste mit beiden an. Der Mega-Upload-Song ist eine Megaprovokation. Einige der damals bekanntesten Musiker und Stars der Welt stellen sich öffentlich hinter eine Plattform, die laut der Industrie sinnbildlich für Internetpiraterie stehe, die mitverantwortlich für angebliche Milliardenverluste sei. Der Song löst nach seiner Veröffentlichung im Dezember 2011 einen Rechts- Von dem habe ich gar nichts mitbekommen, von dem Song. ...streit zwischen Mega- 12 Jahren, ja. ...ge-Upload und Universal Music aus. Das Musikvideo... Warum haben die da mitgemacht? Wahrscheinlich gab es eine ganz nice Bezahlung, ne? Und die dachten sich, ja, moh, ist halt ein Musikvideo. Scheiß drauf, Digga. ...wird mehrfach von YouTube entfernt. Diese Affäre ist nur ein Beispiel. Kim.com wird bald als Movie-Industry-Killer gehandelt. Sein Bond-Villain-Lifestyle, sein Helikopter, er wird zum Dr. No von Hollywood. Clumsy effort, Mr. Bond, you disappoint me. Okay, vielleicht eher zum Dr. Evil. Ja, genau, das ist der, der auch Montel viele Subs gespendet hat. Der heißt auf Twitch, glaube ich, ganz clean, Kim.com. Der hat auch mal bei mir eine Sub-Bomb rausgehauen. Richtig verrückt, Digga. Und als der angefangen hat, mit ein paar Streamern zu chillen, auch wie Knossi, haben manche vermutet, dass er vielleicht ins Twitch-Game einsteigen will. Also auch vielleicht eine Twitch-Plattform. Also eine Plattform bauen will, auch mit Stream. Also eine Konkurrenz-Plattform und so, haben dann einige vermutet. Wie auch immer, letztlich wird er zum Sündenbock. Am 20. Januar 2012 stürmen über ein Dutzend schwerbewaffneter neuseeländischer Spezialkräfte das Anwesen von Kim.com im Namen des FBI. Der Einsatz wird Operation Takedown genannt. Sie beschlagnahmen Luxusautos, Uhren und Festplatten. Parallel gibt es Hausdurchsuchungen in acht weiteren Ländern. In Bayern beschlagnahmen Beamte den neuen Mercedes von Kims Mutter. Ein Weihnachtsgeschenk. Das FBI übernimmt die Kontrolle über Mega-Upload und stellt alle Websites offline. Kim.com sei der Kopf einer organisierten Verbrecherbande. Seine Plattform sei systematisch zur Verfügung gestellt worden sein, um gestohlenes Material zu verbreiten. Der ganze Rest des Unternehmens sei nur eine Front, um diesen wahren Zweck zu verschleiern. So hätten Kim und seine Komplizen Schaden in Höhe von 500 Millionen US-Dollar angerichtet und selber 175 Millionen Dollar eingenommen. Jetzt droht ihm die Auslieferung in die USA und eine Haftstrafe von bis zu 55 Jahren. Aber stimmt das alles überhaupt? Ist Kim.com wirklich ein kalkulierter Verbrecher? Sag mal bitte dazu eure Meinung, Chad. Das ist ja also, wenn wir hier trotzdem jetzt mal die Kirche im Dorf lassen, das hat ja schon Hand und Fuß. Die Webseite hat er ja zur Verfügung gestellt. Und klar haben wir auch, viele von uns da sich Musik gezogen, Filme gezogen, weiß auch immer. Was auch immer, da ist ein enormer Schaden entstanden. Und klar, die Industrien verdienen vielleicht genug Geld. Das sagen immer manche. Da gebe ich euch auch teilweise recht. Aber man muss immer, so hat meine Mom mich erzogen, Chad, man muss immer beide Seiten der Medaille betrachten. Versucht euch immer in die Menschen hinein zu versetzen oder halt in die Geschädigten. Wenn ihr als Beispiel einen Künstler wärt, ihr wärt ein Künstler, egal in welchem Bereich, und eure Werke würden tausend oder hunderttausend oder sogar millionenfach illegal geschert und runtergeladen, und ihr würdet daran keinen Sand verdienen und ihr seid quasi einen Big-Pop-Star, die Leute pumpen eure Tracks immer im Offline-Modus, aber keiner von euch kauft eine CD oder eine Box oder geht zu euren Konzerten, dann ist das einfach ungerecht. Heutzutage haben wir ja Spotify. Und das Spotify-Abo für einen Zehner können wir uns, glaube ich, hoffentlich alle noch leisten. Und deshalb, ja, wenn man heutzutage einen Lieblingskünstler hat, dann kann man ihn einfach supporten, indem man halt, was man sowieso macht, seine Alben oder halt seine Tracks im Loop hört. Da verdient er schon ganz gut dran, sag ich jetzt mal. Aber zu der Zeit damals gab es halt noch keinen Spotify oder so. Das war auch, Chad, stimmt mir zu oder auch nicht, es war auch zu der Zeit, wir reden hier um die 2010er bis 2012er Jahre. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie das Internet da war. Da war das Internet einfach noch so ein bisschen neu. Und da gab es auch noch nicht so viele gute Plattformen, wo man richtig leicht, legal, zu einem fairen Preis an das Zeug rangekommen wäre. Ich kann auch verstehen, dass ein Normalarbeitender kein Bock hat, sich jedes Album für, was weiß ich, was kostet überhaupt ein Album online? Ein Zwanni? Mehr, weniger? Aber ich kann nicht auch verstehen, dass keiner Bock hat, sich das Album zu kaufen. Jedes. Jedes, jedes. Jeden Track. Das war halt auch zu der Zeit einfach kostenmäßig, nicht so Preis-Leistungs-Verhältnis, da war es noch nicht im Ausgleich. Heutzutage holst du dir halt ein Abo und kannst den Lachs so oft und so lange hören, wie du möchtest, runterladen, im Offline-Modus hören. Deshalb, ja, heutzutage gibt es eigentlich keine Ausrede mehr, warum man die Künstler nicht supportet, ne? Naja, er sagt, er hat quasi Google Drive geschaffen. Also er sagt, er hat eine Plattform geschaffen und was die Leute da hochladen oder woanders wieder runterladen, kann er hier nichts dafür. Das allein schützt solche File-Hoster-Plattformen nach US-Recht aber nicht. Nur weil du eine Plattform bist, darfst du nicht machen, was du willst, sondern du musst quasi auch Vorkehrungen treffen, dass eben keine Raubkopien dort geteilt werden, dass nichts Illegales ist. Damals als Zwölfjähriger auf iTunes Songs gekauft im Wert von 500 Euro meiner Mom hat es gar nicht gefallen. Wie hast du denn das hinbekommen? Aber mit ihrer Kreditkarte, oder? Seit wann kann denn ein Zwölfjähriger im Internet so viel Geld ausgeben? Außer ein Mobile Games. ... in der Plattform passiert. Kreditkarte geklaut. Moin. Das hat Kim nicht gemacht. Das hat er viel zu wenig gemacht. Kim selber sagt, man hätte Copyright-geschütztes Material auf Anfrage immer entfernt. Man hätte den großen Studios zum Beispiel sogar die Möglichkeit gegeben, direkt selbst gegen Copyright-Verstöße auf Mega-Upload vorzugehen und Material zu entfernen. Aber na ja, laut Anklage hätte Mega-Upload lange ein Bonusprogramm gehabt, bei dem Nutzern für populäre Filme oder ähnliches Cash ausgezahlt wurde. Man hätte dann absichtlich langsam auf Beschwerden reagiert, damit die Inhalte möglichst lange online bleiben. Ja, vielleicht erinnert ihr euch auch drauf daran, Chad. Man hatte dann so auf kino.io oder so, man hatte dann 10, 15 verschiedene Links und man konnte sich dann immer einen Link aussuchen und man hat dann meistens die Mega-Upload-Links genommen, weil die halt am besten immer, also die waren immer online oder die haben immer funktioniert in guter Qualität. Und dann hatten wir drei Mega-Upload-Links und wenn dann mal einer gelöscht war, dann gingen halt die anderen beiden. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das ist halt auch, lass mal die Kirche im Dorf, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Du löscht ein Video und dann wird das halt noch 10 Mal hochgeladen. Also das ist over. Das ist over. Es gibt tatsächlich auch Dokumente, E-Mails, gelegte E-Mails von Kim und seinem Team, die nahelegen, dass er eigentlich schon ziemlich genau wusste, was da auf seiner Plattform los ist. Kim behauptet, hinter dem Fall gegen ihn stecke eine gewaltige politische Verschwörung. Das konnte er nie wirklich beweisen. Aber die Auslieferung, die Hausdurchsuchung, die in Aussicht gestellten 50 Jahre Haft, es wirkt schon so, als wolle man an Kim.com ein Exempel statuieren. Tatsächlich hat die Musik und die Filmindustrie in den USA, die haben relativ großen politischen Einfluss. Der damalige Cheflobbyist, der MPAA, also der Motion Picture Association of America, ist das gleich? Ah, Bruder, das hätte man auch neu aufnehmen können. Der war tatsächlich ein ehemaliger Kollege von dem damaligen Vizepräsidenten Joe Biden. Der Fall von Kim.com hat unabstreitbar eine politische Dimension. Joe Biden ist seit jeher ein Verfechter von Copyright und ein erklärter Feind von Internetpiraterie. Das alles war vor zehn Jahren. Kim.com kämpft in Neuseeland bis heute mit allen Mitteln gegen seine Auslieferung. Es sieht allerdings schlecht aus. Ende letzten Jahres hat Neuseelands höchstes Gericht nach endlosen Prozessen entschieden, dass er ausgeliefert werden darf. Zwischenzeitlich hat er mega neu aufgezogen und sich in die neuseeländische Politik eingemischt. Es gibt Reportagen über ihn und zahlreiche Interviews aus den letzten Jahren. Wir haben euch einiges verlinkt. Er ist auch regelmäßig bei einigen deutschen Streamern zu Besuch. Ah. Seht ihr den Bagger? Ja. Hi. Wie heißt der? Hey! Auf unsere Anfrage hat er nicht geantwortet. I have all these number plates. I have stoned, I have maf... Ich glaube nicht, dass die es hinbekommen, dass sie ihn in die Finger kriegen. Glaubt ihr, dass er als Multimillionär oder wahrscheinlich hundertfacher Millionär, kann man ja schlecht einschätzen, zehnfacher Multimillionär, dass er sich ausliefern lässt? Digga, der taucht doch vorher runter, oder? Mafia, I have... I even had God at some point, you know, put it on a Rolls Royce and drove it to the Vatican. I mean, that's the kind of guy I am, you know. I'm trying to have fun. Kim ist eine einnehmende Figur. Es gäbe noch so viel mehr über ihn zu erzählen. So viele krasse Storys. Er ist... Ihr hättet ja mal gemacht, Mann. Voll interessant. Schon wieder fast zu Ende das Video, verdammt Johe. Charismatisch und lustig. Zehnfacher Multimillionär. Ja, damit will ich halt sagen, dass er nicht nur... Wenn du Multimillionär sagst, dann denken halt die Leute meistens so drei, vier, fünf Millionen. Weißt du, wie ich meine? Aber wenn du sagst, zehnfacher Multimillionär, dann merke ich das so, dass er halt, was weiß ich, 50, 60, 70 Millionen hat. Was natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer ist als drei, vier, fünf Millionen. Im Internet liest man immer wieder, dass Leute ihn ziemlich cool finden. Ich mag ihn. Ich würde auch sagen, dass ich ihn mag, ne? Klar hat er wahrscheinlich einen Schaden verursacht, so. Aber wir sind da auch ein bisschen beeinflusst wahrscheinlich, Chad, weil jeder von uns wahrscheinlich seinen Dienst irgendwann mal genutzt hat. Ob hier und da mal oder sogar ausgiebig. Und er uns eigentlich nie was getan hat, sondern er uns quasi was gegeben hat. Und das ist eine Menge unterhaltsam, eine Menge Entertainment für lau, ne? Leider verbreitet er auf Twitter heutzutage immer wieder ziemlich wilde Verschwörungserzählungen. Wie gesagt, ich bin sehr auf die Kommentare gespannt. Heutzutage, klar, manche Serien sind exklusiv hier, Puff Peng, aber du hast ein Netflix-Abo oder ein Amazon-Abo oder ein Disney-Plus-Abo und dann kannst du dir ja wirklich schon fast alles angucken für das Abo. Deshalb, heute braucht man eigentlich gar nicht mehr so illegal sich irgendwelche Sachen ziehen, ne? Auch zu aktuellen Ereignissen. Sein Image ist überzeichnet. Viel seiner Figur basiert darauf, dass er sich in der Vergangenheit gern mit fremden Federn geschmückt hat. Ob Mega-Upload ein sauberes Business war, müssen die Gerichte entscheiden. Aber so viel Haftstrafe, so eine Hausdurchsuchung wegen Copyright? Damals wurde er vor seiner Verhaftung ausführlich vom neuseeländischen Geheimdienst überwacht und ausspioniert. Diese gesamte Überwachungsaktion wurde im Nachhinein für überzogen und illegal erklärt. Letztlich hat Kim.com zwei Industrien den Spiegel vorgehalten, die es jahrelang verpennt haben, sich in Zeiten des Internets neue Geschäftsmodelle einfallen zu lassen. Oh mein Gott, so ein gutes Schlusswort. Da geht ein Bussi raus an Simplicissimus. Genau das, was ich gesagt habe, Chad. Es hätte viel früher von der Film- und Musikindustrie halt, ja, was kommen müssen. Cheers. Sehr gutes Schlusswort. Sehr geiles, interessantes Video. Hey. Pause. Bis zum nächsten Mal.